Warum das ESG-Investing oder auch klimafreundliches, sozialverträgliches, nachhaltiges Investieren in Wahrheit ein gigantisch großer Betrug ist und was du tatsächlich machen kannst, wenn dir das Klima am Herzen liegt aus Investorsicht. Darum geht es im heutigen Video. Ja, sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und das war natürlich erstmal eine ordentliche Behauptung, die ich hier aufgestellt habe zu Beginn des Videos. Aber ich werde sie dir anhand von einigen zahlreichen Studien hier gleich noch belegen. Aber erstmal müssen wir so ein bisschen klären, was zur Hölle ist eigentlich ESG-Investing. E steht für environmentally friendly, also es geht um umweltpolitische und klimafördernde Maßnahmen. Dann geht es um S, also social, alles was sozial ist, zum Beispiel also die Behandlung der Mitarbeiter und so weiter. Und Governance, also die Transparenz des Managements und so weiter. Gibt es dort entsprechende Quoten, was Frauen und so weiter angeht. All diese ganzen Kriterien kann man zusammenfassen als ESG. Und jetzt ist es so, dass das ein richtig heftiger Trend aktuell ist. Viele, viele Investmentfonds verlieren in den letzten Jahren immer mehr Kapital, während ESG-Investmentfonds immer mehr Kapital bekommen. Schaut man sich jetzt zum Beispiel bei uns in Europa mal den Markt an und ETFs, das ist ja eine Möglichkeit, wie man sich ganz einfach an der Börse beteiligen kann. Ich selber, ich habe zum Beispiel auch mehrere ETFs, aber den ETF, den ich bespare, das ist der Vanguard All World. Da fließen jeden Monat ein paar hundert Euro rein. Ja, wenn ihr das auch machen wollt, das ist einfach die beste Möglichkeit, meiner Meinung nach, um für die Rente einfach vorzusorgen. Ich habe dir unten drunter auch noch einen kleinen Link für ein Aktiendepot. Da kannst du dir ganz schnell so ein Depot einrichten und dann eben auch deine ersten Erfahrungen mit Investments sammeln. Aber das ist natürlich keine Anlageempfehlung. Und jetzt ist es so, dass sehr viele Leute, ich zum Beispiel nicht und ich werde dir auch genau erklären, warum nicht, investieren hier in diese ESG-ETFs. 65% von allen Kapitalströmen, die letztes Jahr in ETF geflossen sind in Europa, sind in solche ESG-Investments geflossen. Und ich werde dir zeigen, warum diese Leute, die das tun, entweder einfach nur nicht gebildet genug waren, um das zu realisieren, dass sie hier komplett verarscht werden. Oder sie wollen einfach nur was Gutes für ihr Gewissen tun, nicht viel lange drüber nachdenken und einfach sagen, ach ja, ich bin ja jetzt auch ein grüner Investor und ich tue ja so viel fürs Klima und so. Ja, dass das Ganze aber nicht ganz irgendwie mit rechten Dingen zugeht, hat man schon als aufmerksamer Verfolger von Elon Musk letztes Jahr gemerkt, als er sich nämlich darüber aufgeregt hat, dass Tesla aus dem ESG-Rating des S&P 500 rausgeflogen ist, während Ölunternehmen beispielsweise noch damit drin sind, ja. Und jetzt ganz unabhängig davon, ob man Elon Musk mag oder nicht, ist es tatsächlich ein großes Problem, weil die ganzen Kriterien ESG total schwammig sind. Ich meine, man kann sehr einfach die Wassertemperatur messen, vom Meer hier in Mallorca oder so. Da kann man sehr einfach sagen, okay, das Wasser hat aktuell 24 oder 23 Grad. Aktuell ist es wahrscheinlich ein bisschen kälter, ja. Aber was natürlich die ganzen ökologischen und mitarbeitertechnischen Stakeholder-Varianten und so weiter, was diese ganzen Dinge ansieht, wird es schon sehr schwer, da objektiv etwas zu messen. Der nächste Punkt ist der, dass viele Agenturen, die diese Kriterien aufstellen, immer die Unternehmen in verschiedene Branchen einteilen, zum Beispiel jetzt die ganzen Erdölunternehmen, und dann eher die Unternehmen danach kategorisieren, okay, ist jetzt ExxonMobil beispielsweise besser als BP und besser als Shell oder ist Shell besser und so weiter. Das heißt, sie werden dann eher ein Unternehmen aus jeder Branche benutzen, statt jetzt zum Beispiel Tesla mit ExxonMobil überhaupt zu vergleichen, obwohl das in der Realität natürlich einen extrem großen Unterschied macht. Ein weiteres großes Problem ist, dass man sich hier dann zum Beispiel, was die ganzen CO2-Emissionen und so weiter angeht, auf das jeweilige Unternehmen konzentriert. Also man guckt, okay, wie viel CO2-Emissionen gibt es jetzt bei so einem Unternehmen wie ExxonMobil beispielsweise, die ja Erdöl fördern, dann diese ganzen Erdölprodukte aufbereiten, weiterverkaufen oder dann schlussendlich bis zur Tankstelle zum Endkonsumenten bringen. Und dann guckt man, wie viel CO2 entsteht innerhalb von diesem Prozess durch dieses Unternehmen und danach rankt man es dann nach diesen ESG-Kriterien. Problem an der ganzen Sache ist ja, dass es auch die sogenannten Scope-3-Emissionen gibt. Hier werden all die ganzen restlichen CO2-Emissionen noch mit berücksichtigt, die im gesamten Lebenszyklus eines Produktes noch irgendwie damit dazukommen. Das bedeutet also nicht nur, wie viel CO2 emittiert jetzt ein Unternehmen selbst, sondern wie viel CO2-Emissionen entstehen durch die Nutzung der Produkte dieses Unternehmens. Da gibt es auch einen spannenden Artikel zu, den verlinke ich euch unten drunter. Und hier könnte man natürlich schon mal mutmaßen, okay, wenn man jetzt einmal ein produziertes Elektroauto hat und das irgendwie auch noch mit Photovoltaik auch von seinem Dach irgendwie auflädt, wird man wahrscheinlich in der gesamten Nutzung dieses Autos weniger CO2 verbrauchen und emittieren, als wenn man irgendwie sein Benzinauto immer wieder mit den Produkten von ExxonMobil foil tankt und deswegen dann emittiert. Und das ist zum Beispiel etwas, was in vielen ESG-Ratings dann überhaupt gar nicht erst vorkommt. Und deswegen ist es auch eine Sache, die man zu Recht kritisieren kann. Jetzt aber ist das natürlich noch nicht ausreichend, um das Ganze irgendwie als Beschiss oder so zu bezeichnen. Aber dafür gehen wir jetzt mal so einige Studien durch, die ich mir angeschaut habe extra für dieses Video. Und da werde ich euch mal so ein paar richtige interessante Sachen erzählen. Das Erste ist folgendes, dass diese ESG-Fonds mehr Gebühren von den Anlegern verlangen, als jetzt ihre Counterparts. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Vanguard-Fonds, in den ich investiere, wenn ich den jetzt nochmal als saubere Variante haben will, dann zahle ich definitiv mehr jährliche Gebühren für das Halten dieses Investmentfonds, als für die aktuelle Version. Hier ist es jetzt aber so, dass die eigentlich ausgewiesenen Gebühren gar nicht unbedingt so hoch erscheinen mögen. Doch in Wahrheit zahlst du das Dreifache dieser Gebühren. Warum? Weil nämlich jetzt die einzelnen ESG-Aktienfonds sich zu 70% genau den anderen Aktienfonds ähneln, die man sowieso kaufen kann. Und das sieht man auch sehr schön, wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel vom, das ist jetzt hier der ESG 500 Index von S&P 500 hier. Und da schauen wir uns jetzt mal die Top 10 Unternehmen an, die beispielsweise hier drin sind. Und da siehst du, ah, die üblichen Verdächtigen, Apfel, Microsoft, Amazon, Alphabet und so weiter. Und die sind ja in jedem normalen Index auch in gleicher Variante mit vertreten. Egal ob jetzt ESG oder nicht. Und das hat hier diese Harvard-Studie rausgefunden, dass sie sich zu 70% sowieso ähneln. Das heißt, du kaufst eigentlich, wenn du jetzt 100 Euro investierst, dann gehen eigentlich nur 30 Euro tatsächlich in diese anderen Unternehmen, die laut ESG-Rating besser sind, dazu gleich noch mehr. Und eigentlich zahlst du somit eigentlich nur 30 Euro da ein. Und die Gebühren, die du eigentlich also zahlst, sind dreimal so hoch wie die, wenn du einfach das Ganze in einen ganz normalen, stinknormalen ETF investiert hättest. So viel zur ersten Studie. Das war aber nur der erste Streich. Der zweite kommt zugleich. Das ist jetzt hier eine Studie von der London School of Economics. Und das ist richtig krass, weil die schreiben jetzt hier, we find no evidence that ESG funds actually pick stocks with better E and as relative to non-ESG funds by the same issues. Also sie sagen einfach, sie haben das Ganze richtig stark analysiert, haben eine fette Studie dazu gemacht. Und London School of Economics zusammen noch mit einer US-amerikanischen Universität, das sind jetzt keine Leute, die das erst irgendwie seit gestern oder so machen. Oder die das mit einer Wünschelroute draußen am Strand oder so analysieren, sondern die wissen schon, was sie tun. Und die sagen, dass tatsächlich die ESG-Fonds nicht besser sind in der Auswahl der Unternehmen nach den tatsächlichen klimapolitischen und sozialrechtlichen und so weiter Kriterien. Und jetzt steht sogar, sogar im Durchschnitt sind sie sogar schlechter darin. Das heißt, die Unternehmen, die von den ESG-Investment-Fonds ausgewählt sind, behandeln sogar ihre Mitarbeiter im Durchschnitt schlechter und sind sogar schlechter fürs Klima als die ganz normalen. Und dann zahlt man als Investor auch noch mehr Geld dafür. Und das ist doch nichts anderes als so eine Mogelpackung. Da gab es doch immer von Thilo Bode, ich glaube, der hat immer so eine Mogelpackung-Award jedes Jahr irgendwie verliehen. Da könnte der das mal bei diesen ESG-Fonds irgendwie tun. Und jetzt gibt es hier noch eine andere Studie, die ist jetzt in diesem Fall von der Universität Genf und auch noch ein paar andere Forscher von anderen Universitäten sind dabei. Und die haben das jetzt analysiert anhand der Selbstzertifizierung. Also bei den Investmentmanagern, die können auch selbst sagen, passt mal auf, ich investiere hier in diesem Investmentfonds nur nach den ESG-Richtlinien und so weiter. Und dann gibt es dieses PRI-System dafür, wo das Ganze dann eben auch wirklich zertifiziert wird. Also der Fonds hier, PRI, und dann müssen die dafür unterschreiben und müssen diese Kriterien erfüllen. Und hier war das Ergebnis so, das ist, okay, man muss sagen, fairerweise, hier war es so, dass außerhalb der USA tatsächlich bei Investmentfonds, die nach diesem PRI-System sind, besser waren in der Auswahl nach diesen ESG-Kriterien. Aber innerhalb der USA war es genau umgekehrt. Das heißt, in den USA hat man die Leute noch mehr hinters Licht geführt. Und die Manager, die gesagt haben, wir investieren hier richtig ethisch und klimatechnisch gut, die haben in Wahrheit genau das Gegenteil gemacht. Also hier müsste man anhand dieser Studie schon mal argumentieren und sagen, wenn man in so einen ESG-Fonds investiert, dann besser nicht in irgendeinen von BlackRock oder so, der ein amerikanisches Management hat, sondern dann am besten noch in irgendeins, was aus Europa oder so stammt. Weil laut dieser Studie halt eben in Amerika es nicht war, dass diese Zertifizierung nach PRI irgendeine Besserung gebracht hat. Und dann gibt es noch hier an dieser Stelle auch noch eine Studie, die behandelt sich jetzt eher mit den Unternehmen selbst statt mit den Investmentfonds. Und hier kam auch was ganz Interessantes zutage, nämlich, dass sehr häufig Unternehmensmanager und CEOs immer anfangen, über ESG-Kriterien und so weiter zu schwadronieren, wenn ihre Unternehmensperformance gerade schlecht ist. Also wenn jetzt zum Beispiel die Quartalszahlen schlechter sind, als der Markt und die Analysten angenommen haben, dann haben sie angefangen zu sagen, ja, wir investieren ja auch mehr nach ESG und der Profit ist nicht mehr so wichtig und so. Wenn aber dann exakt dieselben Firmen besser waren, was jetzt die Gewinnmargen und so weiter angeht, als jetzt vom Markt angenommen, dann haben sie über ESG kein einziges Wort oder nur noch sehr wenig Worte verloren. Und da sieht man auch, dass selbst hier auch auf Unternehmensebene direkt eben ESG-Kriterien nicht unbedingt sehr viel damit zu tun haben, ob das man tatsächlich etwas Gutes fürs Klima tut, sondern meistens will man sich einfach selber nur irgendwie so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen, ja. Und das ist dann auch sehr häufig eben eine gehörige Portion von Greenwashing. Das heißt, man haut sich ein Label rauf und man sagt, okay, wir steuern Unternehmen jetzt jetzt nach diesen Kriterien, damit wir schön grün alles auch auf den Flyern und auf der Webseite und so weiter haben. Aber ich kann wirklich auch sagen, je mehr eine Firma die ganze Zeit darüber redet, wie toll sie doch hier nach ESG-Kriterien ist, desto skeptischer werde ich an dieser Stelle. Und deswegen möchte ich jetzt hier abschließend zu diesem Video Folgendes sagen. Wenn einem klimapolitisch das Ganze am Herzen liegt und ich selber, ich beschäftige mich auch immer mehr und mehr damit, weil es mir schon wichtig ist, ja, dass man auch in Zukunft hier auf dem Planeten gut leben kann, genauso auch mit seinen eigenen Kindern und so. Und was will man diesen Kindern hinterlassen und so. Und ich denke mir auch, ja, da muss man natürlich allgemein in dieses Klimathema auch ein bisschen Demut mit reinbringen, ja. Weil, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe mal einen Artikel gelesen, da hatten die so aus den 70er Jahren von den ganzen Spiegel-Editionen und so weiter, hatten sie so die ganzen Titelbilder aneinander gereiht und dort wurde überall vor der nächsten Eiszeit gewarnt. Und alle haben gesagt, bald wird es immer kälter und kälter. Und jetzt aktuell sagt halt eben die ganze Wissenschaft, die ganze Erde wird immer wärmer und wärmer aufgrund des Klimawandels. Ich bin jetzt auf keinen Fall ein Klimaleugner. Ich will nur einfach nur sagen, es könnte ja mitunter sein, dass wenn unsere jetzige Forschung und unsere jetzige technologische Entwicklung und all die ganzen Erkenntnisse, die wir jetzt haben, so viel besser sind als noch in den 1970er Jahren, dass es ja auch vielleicht sein kann, dass nochmal in 30 Jahren wir nochmal sehr viel mehr weiterentwickelte Erkenntnisse über alles haben, als wir jetzt vielleicht haben mit unseren ganzen aktuellen Klimamodellen und dass man deswegen vielleicht nicht immer genau weiß und sich einbilden kann, wir wissen schon ganz genau, was passiert und so. Trotzdem sage ich mir an dieser Stelle immer, was ist denn das Risiko, wenn man nicht handelt? Es ist doch trotzdem wert, etwas zu tun, falls man zum Beispiel falsch liegt und dann auf einmal es immer wärmer und wärmer wird und diese Erde halt nicht mehr bewohnbar wird. Deswegen mache ich mir selber auch darüber tatsächlich Gedanken und ich denke mir, wenn ich jetzt klimamäßig sauber investieren möchte, dann muss ich mir schon die Arbeit machen und auch besser recherchieren und auch in einzelne Unternehmen vor allem mein Kapital stecken. Das heißt, als Investor hast du dann einen Einfluss, wenn du ein Startup gründest oder wenn du andere Leute mit Kapital ausstattest, die tatsächlich etwas für, ja, zum Beispiel die Reduktion der CO2-Emissionen und so weiter tun. Du kannst in einzelne Unternehmen sehr viel besser investieren, weil du sie sehr viel besser verfolgen kannst dann, um wirklich auch zu gucken und denen auf den Fingern zu schauen, ist das, was die machen, dort tatsächlich positiv oder es ist eher negativ. Wenn du dein Geld dann in so einen riesigen Fonds reinhaust, wirst du es niemals so einfach überprüfen können und dann hast du dann zum Beispiel solche Unternehmen wie irgendwie Equinor, die ich neulich vorgestellt habe oder Carbios aus Frankreich, die sich mit dem Recycling von Plastik und so weiter auseinandersetzen. Da gibt es durchaus innovative und spannende Ansätze und dort kann man dann als Investor sagen, hier möchte ich mein Geld irgendwie investieren oder du sagst, ich investiere in Beyond Meat oder in Oatly beispielsweise, ja, die in alternative Produkte, die jetzt nichts mit der Milchindustrie und mit der Fleischindustrie und so weiter zu tun haben. Und da bin ich auch beim letzten ganz wichtigen Punkt, weil man muss immer auch berücksichtigen, egal wie gut man sich am Ende des Tages fühlen möchte als Investor, als Privatanleger hat man bei weitem viel weniger Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen als als Konsument. Du kannst als Konsument, wenn du auf Fleisch verzichtest und auf tierische Produkte, kannst du weitaus mehr tun für jetzt eine bessere Entwicklung des Klimawandels, als wenn du jetzt als Investor 25 Euro in ein ESG-Portfolio statt in ein konventionelles Portfolio investierst, weil du als Konsument tatsächlich Einfluss auf die Politik der Unternehmen nehmen kannst. Warum? Nun ja, weil das eben ihre Umsätze und Gewinne regelt. Und ob du jetzt investierst in ein Unternehmen, das regelt nicht die Umsätze und Gewinne des Unternehmens, sondern du kaufst die Aktien ja einfach nur von einem anderen Investor ab. Ja, indirekt hat das langfristig trotzdem eine Auswirkung. Ja, aber trotzdem kannst du als Konsument weitaus mehr beeinflussen als als Privatanleger. Das wollte ich hier am Ende nochmal mit auf den Weg geben. Ja, ich gebe zu, ein sehr kontroverses Video mit einigen steilen Thesen, aber das sagt hier diese Wissenschaft. Und ich glaube, also ich werde auf jeden Fall nicht in ESG-Investments investieren. Da ist mir mein Geld dann doch viel zu schade und erst recht nicht, wenn ich sehe, dass ich damit sogar mehr Schaden anrichten kann, als wenn ich einfach lieber persönlich auf meiner Ebene Unternehmen finde, wo ich wirklich glaube, die haben spannende Ansätze, um eben die Welt zu verbessern. Das war es für dieses Video. Macht's gut. Ciao, ciao.